Jo, tschau mal! Geil, das sind die alten Lampen. Machst du auch, Johnny? Gut. Das sehe ich in der Tür, ey, scheiße. Äh, das ist voll. Diese alten Lampen, Alter, so geil. Wenn man in der Kamera echt nicht schlagen würde. Ja. Ja. Da, das ist ein dritter vor. Ich fahre jetzt von Alexanderplatz bis... Geile Opfer. Geht's los? Oh Gott. Was? Alter. Bester Zug EO-Best. Gummiläppchen. Oh, mal die. Also, diese Lampen. Wenn deine HU kommt, wird es ausgetauscht, ne? Das macht die BVG nicht, sonst bring ich die um. So. Machen die nicht. Das sind so den Zug, wie der ist. BOMBARDI. Siemens. BOMBARDI. Ja, Wahnsinn. Siemens, besten Akku im Zug. Was ist? 5000. 12. 12. Wenn die aufgehen, ist das voll geil. Warte. Steigt jetzt alle nicht. Ach, scheiße. Ein bisschen Platz machen. Scheiße. Den voll geil auf, ey. Ja. Die müssen nicht alle vorn aber auch. Das ist noch mal, ist der doch mit den Kott. Ja. Ja. Ich dachte, wir sollen jetzt leise sein. Ja. Ja. Wie die Frau von letztem Mal. Ja, weil erstens. Ja. Wie du bist mir bei der A3M 70 so die ganze Zeit tsch, 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 tsch. Dann sie so. Das ist kein Spielzeug. Nein. Nein. Ich war auf 2826. Auf DUO 9. Ach der. Oh, nee. Nicht der. Oh, nee. Keine Lust. Gummiletten. Ich bin aber schon betreffend mit denen fahren, ey. Mit deinem Skifahrer. Ja, aber generell. Wir wollen ja auch noch den M29 filmen. Der 360 ist so geil. Ja. Jetzt sind wir bei mir. Genau. Hat er. Mein Handy sieht richtig geil auf. Vorsicht. Sie sieht richtig geil auf. Vielen Dank. Ja. 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 Hat er. Ja. Ja, hat er. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Ich weiß nicht, wenn sie mal richtig geil aufgeht. Ich bin die Fußraubenspinne. Ah, wieder. Jetzt ist sie jetzt weg. Effi! Jetzt ist der F-70 vorbei. Wo? Nein, jetzt fand ich Spaß. Ich hätte ich was, der ist vorbei. Der F-70 wieder haken. Jetzt geht sie ja richtig geil auf. Nein, ich habe noch Spaß. Einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte. Kann man die Kamera machen? Das ist eine Schmuggel. Das ist ein H-97 Motor, oder? Nein, das ist ein ganz normaler H-Motor. Ein ganz normaler H-Motor? Ja. Sehr anders. Dann so eins, zwei, drei. Dunkel. Automat ist ja schnell. Nehmt. Der fährt doch noch. Warte doch mal ab. Warte! Hä? Sag auch mal witz mehr. Ey, ready to do. Alter, ich brenne so viel. Alter, kommen ja alle hier vorne rein, Alter. Ich kann ja nur noch Platz haben. Bitte. Das hat sie mich überfordert. Merk ich. Du merkst, die spinnen gerade, Kamera. Das ist ja gerade überfordert. Schön, kein Spaß. Ha, hat so. 5043. Ja. Ich glaube 5041 ist auf der U9. Und 37 auch. Drogenbahne. 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 Ja. Zumma ich sie passen. Ja. beginningsend. Und im Sath? Ja. Ich gucke. Wir haben einen Platz, Übergang zu Ossien. Achtung, ein Auto hat es einfach. Hup, hup, hup. Bestimmt wegen dem Effi. D, W, Z. Du hast W, Z. Guten Tag. Er kommt doch jetzt nicht alle nach vorne rein, ach komm. ... ... ... Reise. Prognierst du den ersten? Der ist die Umgebung abgibt. Es ist mir der Umgebung. Die Meinung abgibt mich, ist das der Umgebung! Ube! Ich ziehe hier im Zug. Jetzt ohne vier? Hä? Jetzt nicht nur halb vier? Nein. Nein. Zu? Na, Herrmannschuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020